Gott der Allmächtige Wie manch einer die Repression mittels Polizei und Justiz nicht so erwartet hat Wie manch einer die unverhüllte Prostitution, auch die Werbung dafür im Fernsehen, in Zeitungen und in Zeitschriften usw. nicht so erwartet hat Wie manch einer die Führung von Kriegen, auch die psychologische Kriegsführung in der BRD selber, nicht so erwartet hat Wie manch einer die Verarmung der Gesellschaft nicht so erwartet hat Immerhin gelten zwölf Millionen BRD-Bürger offiziell als arm 850 sogenannte Tafeln treiben ihr Unwesen Sie sind ja zu der Wohltätigkeit der Suppenküchen, der Heilsarmee usw. dazugekommen Ja, ja, auch die mittlerweile überall vorhandenen Obdachlosenzeitungen mit ihren Vereinen sind Normalität Normalität geworden in der Sterbephase des Systems Normalität ebenso die Sozialstationen, die Tausch- und Geschenkbörsen Die eine Börse ist die Ursache für die andere Immer schön den Tauschwert der wahre Arbeitskraft senken Das ist die Devise der Bourgeoisie Die offizielle Arbeitslosigkeit ist inzwischen so hoch wie vor Hartz IV Seit dem 01.01.2005 wird ja offiziell anders gezählt, propagandistisch, günstiger für das System Die Kriminalität hat sogar offiziell zugenommen und 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 Was hast du denn nun, was das Beten betrifft, nicht so erwartet? Es ist nicht die offizielle Propaganda der Religion durch die sterbende Bourgeoisie und ihren Anhang Das alles war, finde ich, sehr leicht vorauszusehen Es ist das Beten, was da begonnen hat bei Leuten, von denen ich es wirklich nicht erwartet habe Hm, wenn du jetzt Dr. Clemens meinst Unseren ehemaligen Parteisekretär Dem haben wir doch schon damals in der DDR Karrierismus vorgeworfen Der betet jetzt öffentlich, weil seine Tochter so einen CDU-Funktionär geheiratet hat Der gemeinsame Besuch der Gottesdienste gehört dann dazu Das heißt, der gehört jetzt zum Geschäft Nein, speziell den und auch diesen Typ meine ich nicht Die hatten damals schon keine wissenschaftliche Weltanschauung Und haben nur ihren kleinen, miesen, egoistischen Vorteil gesucht Die haben sich ja eigentlich nicht geändert, nicht wesentlich Heute suchen sie nur mit der Zurschaustellung ihrer unwissenschaftlichen Weltanschauung Ihrer immer vorhandenen unwissenschaftlichen Weltanschauung Ihren kleinen, miesen, egoistischen Vorteil Wenn du diese Typen aber mal nach dem fragst, was denn so in der Bibel steht Dann merkst du sehr bald, dass sie auch da nicht hineingeschaut haben Ich habe mir für diese Typen als Testfrage zurechtgelegt Was sind die Apokryphen? Ich merke schon, worauf du hinaus willst Auf welchen Personen greifst? Auf die Ehrlichen? Ja, auf die, die mal eine wissenschaftliche Weltanschauung hatten Ich meine jetzt, dass sie die auch tatsächlich hatten Und die jetzt beten und sich damit noch weise vorkommen Du hörst in den Gesprächen mit ihnen sehr bald den Satz Früher wusste ich immer, was ich wollte Heute bin ich still Und mit ihrem Still meinen sie weise Sie sagen nicht, natürlich nicht mit Worten, dass sie sich heute für weise halten Sondern sie sagen, dass sie still geworden sind Damit der, dem sie es sagen, denken soll Der ist jetzt weise geworden Und eben damit kommen sie sich noch groß vor Dem Gesprächspartner merken zu lassen, dass ihr Gegenüber jetzt weise geworden ist Der Satz Früher wusste ich immer, was ich wollte Heute bin ich still Kommt in den Gesprächen mit diesen Leuten So sicher wie das Armen in der Kirche Als hätten sie sich verabredet Genau den Satz zu sagen Es ist mir tatsächlich mal passiert, dass sich einer dieser Gesprächspartner Bei der Formulierung, früher wusste ich Verheddert hat Und ich ihm dann, ihm entgegenkommend, den Satz sagte Und dieser Trottel, dieser Obertrottel sagte dann zu mir Ja, so denke ich heute auch Der Trottel dachte ernsthaft, ich wäre jetzt auch weise geworden Der ist also doppelt und dreifach verblödet Und sie sind ja tatsächlich nicht still, diese Dummschwätzer Und damit bemerkst du einen gemeinsamen Nenner Einen gemeinsamen Vorbeter Ja, schon Das ist mir schon klar, die herrschende Meinung Ja, die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden Und sie wird von den Herrschenden mittels ihrer Medien Ihrer Schulen und so weiter verbreitet Gnadenlos Brutal Durchdachte psychologische Kriegführung Aber wie kommt der Wandel zustande? Ein Marxist Wird zum Christen? Das ist der Punkt Das ist mir nicht klar Eben das habe ich so nicht erwartet Ach, nun bleiben wir doch dabei mal schön auf dem Teppich Ich sage dir, das ist so wie mit jeder Erkenntnis Sie kann abhanden kommen Überlege dir doch bitte mal, welche Aufgaben wir beim Studium gerechnet haben Könntest du jetzt sofort das alles lösen, was du beispielsweise in den Klausuren damals ohne Schwierigkeiten gelöst hast? Das will ich nicht behaupten Ja, man vergisst auch vieles Ach, sieh einfach ein, dass es Verblödung gibt Wo Aufstieg ist, da ist auch Abstieg Und manch einer, der sehr hoch gestiegen ist Der fällt eben sehr tief Die Ursache oder die Ursachen des Persönlichkeitsverfalls bei dem Einzelnen wirklich genau herauszufinden Das ist schwierig und sehr, sehr aufwendig Aber das ist nicht unbedingt notwendig Wir müssen, und darum geht es wesentlich, unsere Klasse sehen Und was da die Ursache war, für das Ende der DDR beispielsweise Das ist mittlerweile sehr klar geworden Revisionismus Ja, nachdem die Bourgeoisie durch offene, die Klassenposition deutlich erkennbarer Angriffe nicht siegen konnte Ich nenne nur als Beispiele dafür die Interventionskriege gegen die junge Sowjetmacht Den faschistischen Überfall auf die Sowjetunion Den Koreakrieg und den Vietnamkrieg Gingen sie über zur Konterrevolution auf Filzlatschen Verbergen der Klassenpositionen und Klassenziele Ja, scheinbar sogar unseren Klassenstandpunkt einnehmen Verbesserung des Sozialismus und so weiter Wir kennen die Einzelheiten heute Besonders die Zeitschrift Offensiv hat dazu die wissenschaftliche Arbeit geleistet Und leistet sie weiter Ich hörte gestern im Fernsehen eine Sendung über einen kubanischen Dissidenten Ein Feind der Republik Kuba Der im spanischen Staat Unterschlupf gefunden hat Unterschlupf Es war ein Palast, in dem er dem Fernsehen das Interviewt gab So blöd sind sie ja dann auch noch Der erklärte, dass die Wandlung zur Demokratie in Kuba nur von innen erfolgen kann Geht es noch deutlicher? Nein Kurz gesagt ist für uns hier das Verhältnis zu Stalin der sichere Indikator dafür, ob jemand Revisionist oder Kommunist ist Für uns ist klar, ich möchte sagen absolut klar Marx, Engels, Lenin und Stalin Die Bourgeoisie sagt Not lehrt beten Sie empfiehlt uns Handle nicht Bete in deiner durch uns geschaffenen, durch unser Privateigentum verursachten Not Das hilft dir in deiner Not Und lässt uns noch eine Weile an der Macht Also lässt dich noch eine Weile dein Leben für uns hergeben Lässt dich in deiner Not Gott sei Dank Dem Retter Ha! Unserem Retter In unseren Eigentumsverhältnissen Dank Ich habe jetzt dem, was die Bourgeoisie sagt Noch das, was sie denkt, beigefügt Denn es ist ja ihr Ihr Allmächtiger Ihr Allgestalter Ihr Allerhalter Ihr Allverwalter Ihr Nichts, das sie brauchen Ja, ich stimme dir zu Es geht um unsere Klasse Ich will mich nicht mehr über die Beter ärgern Über die einst klugen, jetzt dummen Verblödeten Vergesse dabei nicht, dass sie ja zu unseren Feinden Zu deinen Feinden geworden sind Du kommst nicht umhin, in ihnen das zu sehen, was sie sind Denke doch mal ganz kurz an die Vampirfilme Die Kämpfer gegen die Vampire scheiterten Verständlicherweise im Kampf gegen die Vampire immer Wenn sie in den Vampiren die vorigen Menschen gesehen haben Besonders wenn sie sie gut gekannt haben Wenn sie sie gar geliebt haben, war das so Ich verstehe, was du mir damit sagen willst Ja, wir müssen unsere Mitmenschen danach beurteilen Was sie sind Genau das ist es Es wäre ja schön, wenn wir im Klassenkampf gegen die Bourgeoisie alle retten könnten Aber das wird leider nicht so sein Nur eins ist sicher Sobald wir die Feinde besiegt haben Können wir uns um ihre Rettung bemühen Die Notwendigkeit diktiert unser Handeln Unser Elend Unsere Not wird nicht gewendet, wenn wir uns verzetteln Wenn wir das Ziel, unser Ziel verlieren Also gemeinsam gegen den Feind Jetzt Der Teilnehmende Seit einem halben Jahr kommst du zu unseren Veranstaltungen Und bist dabei immer sehr still Passt regungslos, hörst du dir alles an Auch wenn es mal etwas zu lachen gibt, bist du sehr ernst Bei mir hast du deshalb den Namen bekommen Der teilnahmslos Teilnehmende Wenn es aber darum geht, Flugblätter auf der Straße zu verteilen Dann bist du immer da und aktiv dabei Du sprichst die Leute an Da wir beide jetzt mal alleine sind Möchte ich etwas mehr von dir erfahren Ich muss richtig sagen, möchte überhaupt etwas von dir erfahren Warum bist du so still? Das muss dich nicht beunruhigen Ich habe ja den Vorteil, dass ich dich sehr gut kennenlernen konnte Du bist das, was ich einen Kommunisten nenne Und da du im Gesprächsteil deiner Veranstaltung bei allem hin und her doch wieder die Kurve kriegst Muss ich nicht unbedingt was sagen Solange du die Sache hier in der Hand hast Kannst du in mir so etwas sehen wie einen Feuerwehrmann Der dann eingreift, wenn es wirklich mal brennt Dass du nicht aus Faulheit schweigst, das habe ich mir schon gedacht Möglicherweise hast du eine Menge erlebt Ernst Thälmann hat eine Menge erlebt Georgi Dimitrov Schee Die vielen guten Genossen, die im KZ waren Die von den Faschisten abgeschlachtet wurden Die vielen, vielen, die wirklich gelitten haben Die haben im Sinne deiner Frage etwas erlebt Hm, im Verhältnis zu dem, was hier manchmal erzählt wird, meine ich das Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn jemand erzählt, dass ihm Schläge angedroht worden sind Zum Beispiel von einem Faschisten Derjenige, der bei so einer Schlägerei einen Zahn verloren hat In dem Moment nicht seine Zahnlücke vorzeigt Dass wenn der Zahnverlustige erzählt, der schweigt, dem die Beine gebrochen wurden Für ihn, den Schweigenden, ist wichtig, dass der von seinen Leiden Erzählende begriffen hat, worum es geht Dass der Erzählende den Klassenkampf verstanden hat In dem Sinne meinte ich, dein Schweigen manchmal verstanden zu haben Du bist ein guter Beobachter Ich will dich nicht nötigen, jetzt hier vor mir dein Leben auszubreiten Ich will dich wirklich nicht ausforschen Verstehe doch bitte mein Interesse positiv Mich interessiert immer sehr an einem Genossen, warum er Kommunist geworden ist Nein, nein, das, warum, das ist ja klar Das ist ja selbstverständlich Nämlich weil er den Lauf der Dinge verstanden hat Die Notwendigkeit der Revolution Mich interessiert, wie bist du Kommunist geworden? Nicht so konfliktlos wie du Bei dir war es ja die Schulbildung Ja, ganz unspektakulär Nun haben wir das wieder spektakulär Ich bin doch nicht auf eine Helden-Story aus Ich schlage vor, du sagst es einfach Na gut Also, vor zwei Jahren Ich war damals 23 Da bin ich arbeitslos geworden Schipfabrik Pleite Ja, es war zum 31. Dezember Ich habe mir aber weiter keine Gedanken gemacht Und die Sache so gesehen Gut, dann fährst du jetzt zur Ostsee Das wollte ich immer schon mal Geld hatte ich ja genug Auto ausgeliehen Los Kurz vor Prenzlau Ich bin nicht auf der Autobahn gefahren Hatte ja Zeit und wollte auch etwas von der Gegend sehen Blieb das Auto stehen Erster Gedanke Benzin Nicht Und so weiter Es fing kräftig an zu schneien Pannendienst Die meldeten sich auch Sagten aber, dass es nicht gleich wird Zwei Stunden Ich hatte ja genügend Musik mit Nach zwei Stunden nichts Ich wollte anrufen und Hm, Akku runter Ja, was nun? Also, ich konnte ja auch nicht angerufen werden Es schneite weiter und es wurde kälter Der Verkehr war inzwischen zum Erliegen gekommen So Da stand ich nun im Schnee Alleine Und es wurde immer kälter Ich hatte mich natürlich auch nicht, wie man so sagt, der Jahreszeit gemäß angezogen Weißt du, mein Leben begann an mir vorüber zu ziehen Ich musste unbedingt handeln, um nicht zu erfrieren Wie spät war es? Gleich Ich hatte mir, was ich irgend konnte, angezogen und mir auch aus der mitgebrachten Unterwäsche eine Kopfbedeckung gebastelt Hatte ja keine Mütze mit Ich ging vom Auto los, 23 Uhr 40 Nun ist ja da keine Straßenbeleuchtung Ich schaute nicht nach unten auf die Straße, die war ja verschneit Ich schaute nach oben Zu den Straßenbäumen Um auf der Straße zu bleiben Erstmal wurde ich durch die Bewegung etwas warm Aber das dauerte nicht lange Und es begann sich wieder vor mir mein Leben abzuspulen Meine ganze gottsverdammte Überheblichkeit Schwierigkeiten wie diese kamen in meinen Gedanken damals einfach nicht vor Ich war auch nie ernstlich krank gewesen An was ich nun alles dachte In dem Schnee Amundsen und und Bestimmend wurde der Gedanke an Das kann ich jetzt wirklich nicht erraten Stalingrad Ich dachte, du kommst drauf, weil du immer mal wieder in deinen Geschichten und Gedichten an die Stalingrader Schlacht erinnerst Mein Gedanke war so So muss es den verblendeten Herrenmenschen vorgekommen sein Die nun mit der Realität konfrontiert waren Die Realität Ich durchlebte Ich hatte sozusagen im Kleinen Mein Stalingrad So bin ich auf der Straße zweieinhalb Stunden gegangen In dem Schnee In der Nacht In der Kälte Dann sah ich ein Haus Ich rannte hin Es war nicht bewohnt Es war ein verlassenes Haus Also eins, das schon lange verlassen worden war Ich konnte relativ leicht die Haustür aufbrechen War es ein verlassenes Einfamilienhaus? Ja, ein relativ kleines Möbel waren keine mehr drin Und es war wohl auch sehr lange kein Mensch mehr in dem Haus gewesen Natürlich kein Strom Du musst immer daran denken, dass es ja mitten in der Nacht war Von der Straße war es etwa 400 Meter entfernt Ich beschloss, so gut es geht Eine Ecke zu finden Und die Nacht da abzuwarten Natürlich war ich auch müde Und jetzt kommt etwas sehr Entscheidendes Es ist ganz sicher das wichtigste Ereignis in meinem bisherigen Leben Jetzt bin ich gespannt Kam einer? Nein, nein, ich war allein Ich ertastete in dem einen Zimmer einen Kachelofen Und? Was? Ich kann es ja wirklich nicht wissen Ich fand ein Feuerzeug Das lag oben drauf Und es ging Also Das Aufleuchten dieses Feuers Ich kann das mit Worten nicht beschreiben Was da in mir vor sich ging Ich kann nur unter uns sagen Ich habe geweint vor Glück Ich suchte alles, was irgend brennbar war in dem Haus zusammen Und suchte in meinen Taschen, was ich an Papier hatte, zusammen Ich dachte die ganze Zeit über Jetzt nur nichts Unüberlegtes tun Ich weiß nicht genau Aber vermutlich habe ich laut gesprochen Ich konzentrierte mich da vor der Luke des Kachelofens Ratzte an dem Feuerzeug Es ging Tatsächlich bekam ich das Feuer an Ich konnte durch das Feuer dann auch Noch etwas Brennbares erblicken Reste eines Stuhls Und eine Obstkiste Nun hatte ich mich aber doch zu früh gefreut Denn es dauerte noch eine halbe Stunde Bis ich etwas Wärme in dem Raum verspürte Dann kuschelte ich mich an den Ofen Und bin immer kurz eingeschlafen Ich drehte mich dann, wenn ich aufgewacht bin Immer schnell auf die andere Seite So erreichte ich den Morgen Glücklicherweise hatte der Wind etwas nachgelassen Und ich stand in der Stube und bewegte mich Das half Ja, ich hatte das Leben noch Ein Gedanke ist noch wichtig Ich fragte mich nämlich Wenn du hier stirbst Wen wird denn das wohl interessieren? Und da ich ja gerade entlassen worden war Aber das kannst du jetzt erraten? Du dachtest über die Gesellschaft nach Und erkanntest, dass dein Leben Den Bourgeois gleichgültig ist Der Fakt Die Tatsache Musste mir ja bewusst werden Übrigens Bourgeoisie und Proletariat Die Begriffe hatte ich damals noch nicht drauf Denke an mein Alter Ich bin ja in der BRD zur Schule gegangen Ich dachte damals Arbeitgeber Du hast noch nicht gesagt, wie du gerettet worden bist Ich bin zur Straße gerannt Etwa so gegen sieben Und irgendwann hielt dann ein Auto Und nach umständlichem Hin und Her Ich zeigte auch meinen Ausweis Wurde ich nach Prenzlau mitgenommen Der Mann hat mich übrigens für einen Penner gehalten Und die Polizei angerufen Aber ich hatte nichts dagegen Ja Und nach meinem Stalingrad Begann mein wissenschaftliches Studium der Gesellschaft Ich kann nur sagen Mögen unseren Leuten solche Realitätsbelehrungen erspart bleiben Deshalb finde ich das gut Was du hier veranstaltest Mögen die Worte reichen Du hast dann doch sicherlich nichts dagegen Wenn ich dein Erlebnis für andere aufschreibe Tu es aber bitte nicht mit Namen Ich sage dann irgendwann mal selber Dass ich es bin Einverstanden Erzählender, Teilnehmender Und wenn du mich mal besuchst Dann zeige ich dir Das Feuerzeug Goethe Besonders dir gegenüber Muss ich nicht extra sagen Dass ich bei meiner Goethe-Verehrung Unsere historische Mission Nicht vergesse Dass ich sie nie vergesse Du weißt ja Dass mir die BRD absolut verhasst ist Dass ich die Notwendigkeit der Vernichtung Dieses imperialistischen Staates Wesentlich als ökonomisches Erfordernis ansehe Dass mein Hass auf diesen imperialistischen Staat Wissenschaftlich begründet ist Es ist absolut vernünftig Für die kommunistische Revolution einzutreten Wie es tatsächlich immer unvernünftiger wird Immer unverantwortlicher Immer verbrecherischer Die BRD nicht endlich dahin zu befördern Wohin sie gehört Nämlich ins Grab Ich bin Wie gerade du wohl weißt Vor allem ein Totengräber der BRD Des spätimperialistischen Staates Des im Sterben liegenden Systems Der das Grab schaufelt Der nicht nur Empörung äußert Ich werde doch meine wissenschaftlich Begründete Verantwortung nie vergessen Kannst du dir denken Dass mich dieses System Die Bourgeoisie und ihr Anhang Mit irgendetwas bestechen könnte? Gut gut Und selbstverständlich bist du nicht Mit allem Gold der Welt Zur Beteiligung an der BRD Am organisierten Verbrechen zu bewegen Ich zweifle schon nicht An deinem Verantwortungsbewusstsein Aber warum immer wieder Goethe? Ich will deshalb noch einmal fragen Könnte mich die Bourgeoisie Mit irgendetwas bestechen? Zum Beispiel mit Goethe? Jetzt verstehe ich dich Deine Frage ganz genau Und natürlich auch mit Goethe nicht Nur zur Erinnerung und Bekräftigung Über seine Schwächen Habe ich genug geschrieben Und da du alles von mir gelesen hast Muss ich nicht besonders Darauf eingehen Oder? Nein Zum Beispiel deine Kritik von Das Göttliche Hat mir geholfen Überhaupt erst mal Das Gedicht so zu verstehen Wie es von Goethe gemeint ist Und deshalb fand ich deine Kritik Auch berechtigt Reden wir also über seine Stärken Und mein Freund Nun versuche bitte Du einmal Sie zu benennen Ich bitte dich darum Damit du besser Meine Gedanken verstehst Es geht ja bei uns rational zu Du sollst nicht raten Sondern erkennen Das worum ich dich bitte Ist vergleichbar mit einer Rechenaufgabe Bei der das Ergebnis von mir errechnet wurde Und du nicht weißt Wie ich darauf gekommen bin Und du sollst nachrechnen Meinen Rechenweg nachvollziehen Um dann genau das Ergebnis bestätigt zu finden Das ich eben schon vorher ausgerechnet habe Hm Ich will es versuchen Zuerst fällt mir das Gedicht Prometheus ein Bedecke deinen Himmel Zeus Und so weiter Und dann Hier sitze ich Forme Menschen nach meinem Bilde Zu leiden Und zu freuen sich Und dein nicht zu achten Wie ich Es ist mein Lieblingsgedicht Immer geblieben Ja Und auch heute Ist es mein Lieblingsgedicht Müsste Goethe nicht Allein wegen dieses Gedichtes Verteidigt werden Unmöglich hier Nein zu sagen Dann gibt es ja noch den Faust Gedichtete Dialektik Ich will nur daran erinnern Du weißt es ja Lenin ließ sich Als er in der Schweiz war Sein Faustexemplar schicken Und wie oft Marx und Engels Goethe zitierten Ja Im Manifest Die Bourgeoisie Gleich dem Hexenmeister Der die unterirdischen Gewalten Nicht mehr zu beherrschen Vermag Die Ehr heraufbeschwor Ich merke jetzt schon Jetzt gleich Wir werden nicht fertig Mit Argumenten Für dich Was habe ich mir da nur eingebrockt Du bist ein vorsichtiger Mensch Sollte ich dich gerade dafür tadeln Dann Danke Danke Für deine Güte Alter Meister Ich will noch etwas nennen Was Goethe uns lehrt Und vor allem durch das Beispiel Lehrt er es uns Das Gute Das Richtige Das Vernünftige Nicht nur sagen Sondern es auch Schön sagen Und damit ist das Was uns Goethe In unserem Kampf Gegen die Bourgeoisie An Waffen gibt Ja noch lange nicht ausgeschöpft Sicherlich Ja Ich bin also mit dir einverstanden Wusste ich's doch Grundsätzlich sind wir Zur Bewahrung des progressiven Erbes Verpflichtet Und jedes progressiven Erbes Es ist ja kein totes Erbe Keine Last Die wir mitschleppen müssen Vielleicht um jemandem zu gefallen Oder so Um uns selber zu gefallen Um uns zu schmücken Es ist eben keine Last Die uns behindert Keine Belastung Es geht darum Vor allem geht es darum Dass wir uns nützen Wir brauchen Goethe Für unsere kommunistische Revolution Die Bourgeoisie hat das ja längst erkannt Und verschweigt und verschweigt Und verschweigt sein Werk Doch nun wirklich nach Kräften Da das nicht vollständig möglich ist Verfälscht sie es Dafür habe ich als Beispiel Doch meinen Klassiker Ja Ich weiß was du mit dem Klassiker meinst Deine Frau hat dir zum Geburtstag in bester Absicht Ein Buch geschenkt Goethe für jeden Tag Also 365 Goethe Stücke Gedichte zumeist Eben für jeden Tag eins Du hast es mir gezeigt Und die Herausgeber haben durchweg Nur religiöses Zeug genommen Manchmal ist es geradezu absurd Aus dem Zusammenhang gerissen worden Der unkundige Leser Muss nach dieser Zusammenstellung Goethe für einen strenggläubigen Katholiken halten Erinnern wir uns kurz daran Wie der BRD-Vorgängerstaat Das Dritte Reich Mit Goethe umging Die Faschisten Liesen ihn als ihren Vorgänger Und auch als ihren Parteigänger erscheinen Ich sage nur Mephisto Ja Vielleicht haben die Faschisten Also die damaligen Bourgeois Am meisten Richard Wagner verfälscht Und diese Fälschung Dann für sich angewandt und ausgenutzt Weißt du Die Nachhaltigkeit der Wagner-Verfälschung Durch die Faschisten War so groß Dass ich tatsächlich erst Ein Erwachsener werden musste Damit ich mich Wagner Positiv nähern konnte Um ihn mir dann Positiv anzueignen Ja Die Wagner-Verfälschung Durch die Faschisten Hat bei mir dazu geführt Dass ich Und das war ja bei mir Immerhin in der DDR Bei seiner Musik Immer die Bilder Von den Faschistischen Wochenschauen sah Und selbstverständlich Kannte ich die Faschistischen Wochenschauen Nicht im Original Sondern nur aus Dokumentationen Aus unseren DDR-Dokumentationen Über jene Phase Der kapitalistischen Gesellschaftsordnung Da hatte ich Bedingt Durch meine Eltern Glück Durch meine musikalische Erziehung Im Elternhaus Ich weiß Dein Vater war lange Zeit Als Musiklehrer tätig Erinnerungen an meine Kindheit In der DDR Sind oft mit Klaviermusik Verbunden Sie stammte wohl Vollständig aus der Klassengesellschaft Aber es war eben keine Musik Von proletarischen Künstlern Unsere Leute Lernte ich erst Sehr viel später kennen Ja Ein Kommunist Bin ich aber dennoch Schon im Elternhaus geworden Was will ich noch mehr Als Argument für mich Also Genosse Wir müssen das Progressive Das revolutionäre Element Der Bourgeoisie Heute gegen sie verteidigen Da die Bourgeoisie Heute reaktionär geworden ist Muss sie sich sogar Gegen ihre eigenen Vorkämpfer stellen Und tut es ja auch Kurz Wir schlagen unsere eigene Schlacht Wenn wir heute Goethe Gegen die reaktionäre Bourgeoisie verteidigen Das eine Die Entdeckung des Zwischenkieferknochens Beim Menschen durch Goethe Hat er gewürdigt Ja Und auch Goethes Einsatz In der Sache Hat er richtig dargestellt Weil eben damals Die These vertreten wurde Dass der Mensch mit dem Tierreich Gar nichts zu tun hätte Etwas ganz anderes sei Dass er das Geschöpf Gottes sei Goethe Hat diese In den damaligen Kämpfen Um Wissenschaftlichkeit So wichtige Brücke Zwischen Mensch Und Tier gefunden Er hat sie gesucht Und er hat gefunden Das war ein bedeutender Sieg für den Atheismus Und eine bedeutende Niederlage für den Theismus Besonders für das Christentum Bei seiner Würdigung Goethes Wurde auch klar Dass dieser Würdiger Goethes Ein Atheist Auch selber ist In der Beziehung Denkt er also Wissenschaftlich Und propagiert Die Wissenschaft Handelt er In unserem Sinne So weit so gut Aber was die Darstellung Der DDR betraf Da redete er Unwissenschaftlich Das hast du sehr Schonend gesagt Denn indem er redete Handelte er ja Er hetzte Er kämpfte Für die Bourgeoisie Für die reaktionäre Klasse Für die Klasse Die aufgrund ihres Absterbens Ihres gewissen Untergangs Unwissenschaftlich sein muss Hetzend sein muss Für die Dummheit kämpfen Muss Keine Angst Ich sehe das nicht anders als du Dieser Kämpfer Für das Verbrechen Ist ein seltenes Beispiel dafür Dass der Kampf Gegen den Kommunismus Gegen die Gesellschaftsordnung Mit gesellschaftlichem Eigentum An den gesellschaftlichen Produktionsmitteln Einhergehen kann Mit konsequentem Atheismus Bei ihm ist seine richtige Wertung Goethes Sein zur Schau gestellter Atheismus Der Köder Mit dem er uns dazu bringen will Auch für das Privateigentum An den gesellschaftlichen Produktionsmitteln Für den Kapitalismus zu sein Wir sehen an seinem Beispiel Dass die Bourgeoisie Die er letztlich alle Religionen zulässt Und propagiert Nicht nur das Christentum Den Buddhismus Und den Islam Dass sie sogar den Atheismus zulässt Und ihn sogar propagiert Solange an dem Einen Nicht gerührt wird Das Eine Um das sich alles dreht Es ist Das Privateigentum Wir hingegen verbünden uns Zum Beispiel auch mit Christen Wenn sie auch Wenn sie so wie wir Für die Herstellung Des gesellschaftlichen Eigentums eintreten Der Greifvogel Du siehst nun schon 10 Minuten auf die Pappeln Wie ich dich kenne Erinnerst du dich an etwas Du kennst mich gut Ja Es war im Januar 2010 Als ich hier eingeschneit war Der große Schneesturm War zwar schon vorüber Aber es war noch kalt Minus 8 Grad Celsius Wir hatten übrigens Kurz zuvor noch telefoniert Und du hattest mir die gute Nachricht bringen können Dass laut Internetinformation Wieder alle Züge Fahrplanmäßig fahren Ich bereitete mich auf die Abreise vor Die ja von einem Tag zum anderen Immer wieder verschoben werden musste Und ich stand hier und sah andächtig die Pappeln an Da sah ich einen Habicht Auf die Spitze der mittleren Pappel fliegen Ich freute mich Dieses Schauspiel zu sehen Wie gewand sich der Vogel Da hoch in dem Baum gebärdete Es war ja windig Gerade wollte ich die Kamera holen Um den König der Lüfte Zu filmen Und freute mich schon Auf die erstaunten Augen Unserer klugen Enkelin Beim Betrachten der Aufnahmen Da stürzte der Greifvogel Auf mich zu Genau hier Auf dieses Fenster zu Ich bekam einen kleinen Schreck Dann sah ich aber auch schon Dass nicht mir der Angriffsflug galt Nein Die lieben kleinen Amseln Wollte er sich greifen Die hatten ihn aber wohl Rechtzeitig bemerkt Und waren davon geflogen Ich hatte dir ja die Filmaufnahmen Von den lieben Freunden In meiner Abgeschiedenheit gezeigt Ja Und unsere Kleine will die Aufnahmen Immer wieder mal sehen Die Katze im Mammutbaum Ist ja von den Amseln im Schnee Auf den zweiten Platz verwiesen worden Nun mußte ich gerade daran denken Daß ich sogar Schuld gewesen wäre Wenn der Raubvogel die Amseln erbeutet hätte Ich hatte ja in den Tagen Die Apfelschalen immer ein Stück dichter Zu diesem Fenster hin abgelegt So hatte ich die lieben kleinen Vögel vor mein Fenster gelockt Und konnte ihnen zusehen Aber damit hatte ich sie auch aus der Deckung Der schützenden Tannen hervorgelockt Ohne mein Tun zu verstehen Habe ich dem Raubvogel Die Amseln zum Fraß vorgesetzt Ja, tatsächlich Du hast ihm erst seine mögliche Beute gezeigt Hätte er sie reißen können Dann hättest du mir das Ereignis Wohl schon damals schuldbewusst erzählt Also ist noch etwas dazugekommen Ich meine jetzt Bei deinen Gedanken Jetzt hier Ja In den Tagen kam es in Haiti Zu dem schweren Erdbeben Ich kann mich gut daran erinnern Ja Januar 2010 Nach drei Tagen War die internationale Hilfe Immer noch nicht bei den Betroffenen angekommen Und an jenem dritten Tag Nach dem Erdbeben Sah ich im Fernsehen Wie das große Flugzeug Der USA landete Es war die US Army Die da landete Mit Fallschirmjägern Und Kettenfahrzeugen Mit Waffen Und in Waffen Stahlhelm Waffe im Anschlag Alles wie im Krieg Die klassische militärische Luftlandung Vor der Küste Hatte ein Flugzeugträger geankert Dann wurde die Außenministerin der USA gezeigt Die sagte Die Situation droht hier in einem der ärmsten Länder der Welt außer Kontrolle zu geraten Deshalb werden wir in dieser Krise nicht untätig zusehen Sondern die nötigen Maßnahmen ergreifen Ich verspreche hier Wir werden auch weiterhin mit unseren Truppen in Haiti bleiben Die USA haben die Notsituation dort genutzt zu einer militärischen Intervention Genau das ist geschehen In der Not greift der Raubvogel zu Die USA Das kapitalistische System War in höchster Gefahr Kuba schickte für die Erdbebenopfer Hilfe Auch Bolivien und Venezuela Diese Hilfe in der Not Die wirkliche Die tatsächliche Hilfe für die Erdbebenopfer Die musste unter Kontrolle gebracht werden Es ist das richtige Selbstverständnis der USA Und die Offenbarung für uns Dass dieser imperialistische Staat Den Greifvogel im Schilde führt Und keine Friedenstaube Die Zuarbeiten der Bourgeoisie Wer zum Beispiel von Dresden nach Anklam fährt Der sieht zerfallende Häuser Zerfallende Fabriken Und Freiflächen Auf denen einst Fabriken standen Viele der kleinen Bahnhöfe sind stillgelegt worden Und zerfallen Beschmiert sind sie alle Die Menge des Gesehenen Ist eine statistische Größe Die ein sicheres Urteil Über den Zustand der Gesellschaft ermöglicht Niedergang Selbstverständlich ist der Zustand der Menschen Das sicherste Zeichen des Niedergangs Die Drängelei beim Aus- und Einsteigen Die Rücksichtslosigkeit Die Rücksichtslosigkeit Und Duldsamkeit dieser Rücksichtslosigkeit Das überlaute Reden beim Telefonieren Die Hunde Die Hunde Die Hunde, die ja unbedingt Permanent am Essen Vermutlich war er aus Hessen Er hatte zwei Handys mit denen er abwechselnd telefonierte Gesprächsinhalt Gesprächsinhalt Dummes Zeug Selbstverständlich war nicht nur er am Telefonieren So wird bei einer Zugfahrt auch eine statistische Größe geliefert Die zeigt Die Gesellschaft ist am Niedergehen Wir bekommen statistische Werte aber auch mit weniger Aufwand Und ohne Gefahr für Leib und Leben Denn die Bourgeoisie liefert sie uns selber Ja, wir kennen den Spruch Mit dem uns die Bourgeoisie den Umgang mit ihrer Statistik empfiehlt Glaub keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast Hehehehe Dennoch können wir ihre, die Bourgeois-Statistik, verwenden Total gelogen wird da nicht Unsere Band Veritas hat ja deshalb schon Eben, um auf die Statistik der Bourgeoisie hinzuweisen Auf der fünften CD, August 2002 Die Musik zur NTV-Videotexttafel 201 veröffentlicht Zu empfehlen ist auch www.telebörse.de Die Entwicklung der Börsenkurse in den letzten drei Jahren kann dort gesehen werden Und auch das dort Gesehene reicht schon Um sicher von der Gesellschaft sagen zu können Niedergang Nehmen wir zum Beispiel den Goldpreis Dessen Entwicklung dort gezeigt wird Wir wissen, dass der Wert der Waren, der Tauschwert, bestimmt ist Durch die gesellschaftlich notwendige durchschnittliche Arbeitszeit Gold erfordert, trotz der Mechanisierungen, die es hier und da gab Schon über Jahrzehnte eine Menge von Arbeitszeit, die relativ gleich ist Der Wert des Goldes kann daher als Konstante angesehen werden Anfang der 90er Jahre kostete eine Feinunze Das sind 31,1 Gramm Gold Um 300 Dollar Vor drei Jahren waren es um 600 Dollar Heute sind es über 1100 Dollar Damit ist der Wert des Dollar eindeutig bezeichnet Und auch die Geschwindigkeit seines Niedergangs Die Wirtschaft der USA Das widerspiegelt der Wert des Dollar Befindet sich in beschleunigtem Niedergang In meiner letzten Publikation Fertiggestellt wurde sie am 15. Oktober 2009 Schrieb ich über die Schulden der BRD Wir reden deshalb von der BRD als einem imperialistischen Staat Weil er das ist Die BRD ist ein kapitalistischer Staat In der imperialistischen Phase Und zwar in der Endphase In der Sterbephase Ja, hier fallen mir wieder die Schulden ein Die die BRD bis heute angehäuft hat 1,6 Billionen Euro Weißt du, was Unendlichkeit ist? Das ist für mich sehr leicht zu verstehen Aber was 1,6 Billionen Euro sind Das fällt mir zu verstehen schwer Da brauche ich Hilfsmittel Wir, zwei Personen Bekommen rund 1000 Euro pro Monat Hartz IV und das Wohngeld Bedarfsgemeinschaft Westphal Rund 1000 Euro im Monat 1,000 Euro im Monat Das ist eine Million Also 1000 Bedarfsgemeinschaften Könnten davon auf unserem Niveau Einen Monat leben 2000 Menschen 1,000 Euro im Monat 1,000 Euro im Monat Das ist eine Milliarde Das ist eine Milliarde Also 1,000 Euro im Monat Bedarfsgemeinschaften Könnten davon auf unserem Niveau Einen Monat leben 2.000000 Menschen 1.000000000000 Das ist eine Billion. Also 1.000000000000 1 Milliarde Bedarfsgemeinschaften könnten davon auf unserem Niveau einen Monat leben. 2.000000000000 2 Milliarden Menschen Jetzt die 1,6 Billionen 1.000000000000000 Also 1.600000000000 1 Milliarde und 600 Millionen Bedarfsgemeinschaften könnten davon auf unserem Niveau einen Monat leben. 3.000000000000 Menschen Wenn wir das Lebensniveau in anderen spätimperialistischen Staaten nehmen und deren mögliches Lebensniveau auf dieser Basis errechnen, dann kommen wir wieder in Bereiche, die ich mir leicht vorstellen kann. Nämlich wegen ihrer fast Unendlichkeit. Zum Beispiel könnte Äthiopien von den 1,6 Billionen Euro jahrzehntelang, ach was, jahrhundertelang, um ein Vielfaches besser leben als jetzt. Die für mich mit Hilfsmitteln vorstellbare Summe von 1,6 Billionen Euro Schulden der BRD sagen uns aber andererseits absolut klar, die BRD ist pleite. Absolut niemals können die Schulden beglichen werden, und selbst die Begleichung der Zinsen stößt an die Grenze des Möglichen. Die Schulden, auch das ist klar, werden weiter wachsen, und zwar noch schneller als bisher, damit auch die Zinsen. Was kann der Staat BRD nur tun? Ausgaben senken, Einnahmen erhöhen, Inflation. Und das alles läuft und funktioniert nicht, keine Rettung, da ja die Anzahl der Arbeitslosen steigen wird, die Einnahmen also sinken werden, und die immer schwächer werdende Kaufkraft die Inflation tatsächlich bremst. Und die Apologeten des dem Tode geweihten Systems erkennen ihren Bankrott nicht, sondern behaupten von der DDR, dass sie pleite gewesen sei. Ich halte denen, die der Bourgeoisie nachplappern, immer gern die Zahlen vor, die die BRD selber genannt hat. Die Zahlen der Herren, der Bourgeoisie also. Die Bundesbank berechnete in ihrem sogenannten Abschlussbericht für die DDR 1999 knapp 20 Milliarden D-Mark, welche die DDR noch zu zahlen hatte. Diese 20 Milliarden D-Mark sind aber keine tatsächlichen Schulden, sondern nur die aus den normalen Geschäftsbeziehungen folgenden Zahlungen. Ich bin ja auch noch kein Schuldner, wenn ich mir ein Eis kaufe für einen Euro und erst noch in die Tasche greifen muss, das Geld raushole und so weiter. Es gilt eben im Handel grundsätzlich, erst die Ware, dann das Geld. Ja, und selbst wenn jene rund 10 Milliarden Euro, 2 D-Mark rund 1 Euro, tatsächliche Schulden gewesen wären, dann könnten wir wohl kaum vom Bankrott sprechen. Aber tun wir doch einmal so, als wären die 10 Milliarden Euro Schulden im Sinne der BRD gewesen. Welches Zeichen müsste zwischen den beiden Zahlen 1.600 Milliarden Euro stehen? Richtig, 1.600 größer als 10. 160 Mal größer, wenn die 20 Milliarden D-Mark tatsächliche Schulden gewesen wären. Die Bundesbank der BRD hat 1999 in ihrem Abschlussbericht nicht von Schulden gesprochen. Die BRD wurde am 3. Oktober 1990 um ein real unverschuldetes Gebiet erweitert und eben vielmehr noch. Sie bekam ein wertvolles Geschenk. Selbst der Schrottpreis für die Anlagen unserer Betriebe hätte die 20 Milliarden Schulden, wenn wir sie denn gehabt hätten, mindestens ausgeglichen. Aber die Lüge von der Verschuldeten, hochverschuldeten, maroden, bankrotten DDR wird immer wieder aufgetischt. Zum Beispiel gehört sie sogar zur Programmatik der CDU. Ein vom Bundesvorstand der CDU an den 22. Parteitag vom 1. bis 2. Dezember 2008 in Stuttgart eingebrachter Antrag, dem ohne Diskussion zugestimmt wurde, lautet, Die sozialistische Planwirtschaft als Wirtschaftsform verursachte trotz der Anstrengungen der Menschen in der DDR den wirtschaftlichen Bankrott, für den die Führung der SED verantwortlich ist. Die Wahrheit ist, dass seit dem 18.03.1990 in der DDR die CDU an der Macht war und den wirtschaftlichen Bankrott der DDR herbeigeführt hat, und zwar absichtlich. Ja, meine Kurzarbeit mit Null Arbeitsstunden setzte ein am 3. Oktober 1990, als sollte gerade mir bewiesen werden, dass der Imperialismus tatsächlich unfähig ist, die Produktivkräfte zu entwickeln. Ich arbeitete damals im VEB-Kupplungswerk Dresden. In dem noch teilweise auf der Tarranter Straße erhaltenen Gebäudekomplex befindet sich heute das Kino in der Fabrik. Konsumtion von bürgerlicher Ideologie statt gesellschaftlich nützlicher Produktion. Ja, die Begriffe müssen stimmen. Wir reden nicht von Wende. Wir sagen Konterrevolution. Wir reden nicht vom Versuch, von der Utopie. Wir sagen, die DDR hat existiert als realer Sozialismus, als die niedere Phase des Kommunismus. Und wir führen den Klassenkampf gegen die Bourgeoisie und notwendigerweise leider auch gegen ihren Anhang im Proletariat, und wir wissen, wir werden siegen. Die kommunistische Revolution ist nicht verhinderbar, wenn sie auch verzögert werden kann. Den Sozialismus in seinem Lauf halten allerdings Ochs und Esel auf, aber verhindern können auch sie ihn nicht. Der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung der Produkte, der Widerspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie, wird sich sehr bald so scharf zuspitzen, daß auch die größten Esel ihre Eselei einsehen werden, ihre Schuld. Die Schuldenuhr zeigt heute am 12. November 1.750.000.000.000 Euro www.staatsverschuldung.de Nebenbei bemerkt, es ist mir aufgefallen, daß im Fernsehen nie der aktuelle Stand der Schuldenuhr gezeigt wird, sondern immer nur ein durchaus historischer Stand, zum Beispiel 1,5 Billionen Euro. www.staatsverschuldung.de